Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Belfe 3 Multiplayer mit mir dem Sebastian und heute seht ihr auch, die Facecam ist am Start. Ich fange jetzt auch direkt mal an zu spielen, bevor wir hier noch mehr Zeit vergolten. Ich rede dann einfach weiter während die Spieler. Ich habe mir gedacht, ich war gerade am Amnesia aufnehmen und dachte mir, wenn du schon mal dabei bist... Wieso musst du nachladen? Ah! Wo bist du? Komm, zeig dich. Ah! Nein! Oh, da war knapp doch. Ne, ich habe mir gedacht, wenn du schon mal gerade dabei bist, kannst du auch direkt mal einfach ein Ründchen Battlefield 3 mit der Facecam auf... Oh! Da habe ich den Hedgehog gegeben. Okay. Stirb! So. Kannst du auch direkt mal direkt ein Battlefield 3 Ründchen mit der Facecam aufnehmen, wenn du schon mal dabei bist. Und, äh... Ja, warte. Spielen und gleichzeitig reden ist gerade nicht so einfach. Ähm... Ja, genau. Wir befinden uns immer noch in dem Road to Battlefield 4 Modus, sage ich jetzt einfach mal. Und das bedeutet ja, dass wir versuchen, jeden Tag ein Battlefield 3 Video zu bringen. Äh, die Betonung liegt darauf, versuchen... Aua, 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 aua. Äh, gestern haben wir es zum Beispiel nicht geschafft. Also, wenn ihr das heute seht, dann war es gestern. Ähm... Wir müssen das alles immer relativ kurzfristig aufnehmen und das schaffen wir leider nicht immer. Und aus dem Grund kann es auch einfach mal sein, dass hin und wieder kein Battlefield Video kommt. Aber... Naja. So, wir spielen heute Gunmaster auf, äh, der Map Siebertower. Das ist persönlich einer meiner Lieblingsmaps, muss ich ehrlich sagen. Und, äh, Gunmaster habe ich so in letzter Zeit für mich entdeckt. Genauso wie den Spielmodus Scavenger. Den finde ich persönlich auch ziemlich geil in letzter Zeit. Und, äh... Alois, stimmt ja, ich habe ja diese... Ah! Ich dachte gerade immer noch, ich hatte einen Sniper. Wo bist du? Zeig dich! Zeige dich! Oh! Da ist ein hässlicher Camper! Hahaha! Nicht mit mir, Freundchen. So, Nummer uno, Nummer... Ach, schade, jetzt bin ich da... Schade, 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 Banane. Da war knapp. Machen wir mal Auto-Deploy an. Dann müssen wir direkt spawnen. So, da oben sind Gegner, da sind Gegner, überall sind Gegner. Ganz doof. So, komm schon. Komm schon. Wo seid ihr? Erstmal eine Granate. Ach, ja, ich habe keine Granaten. Guck mal, da... Da, da wird wieder ein Camper! Ha! Da will ein Camper sich hinsetzen. Das finde ich natürlich ganz doof. So, jetzt messern wir nochmal eben ein... No. Noi. Dann kriegen wir erstmal One-Shot. Ah, nicht cool. Okay. Jetzt wird's besser. Jetzt wird's sowas von besser. Ja. Erstmal die Luftmessern, so sieht's aus. Ähm. Ich dachte mir einfach mal, mit Facecam ist das auch mal ein bisschen lustig. Weiß nicht, falls ich mich aufrege oder so, damit ihr auch mal mein Aufreg-Gesicht seht. Ich weiß gar nicht, ob das... Ob ihr das in Amnesia... Aua! Oh, leu! Nein, das sind keine Gegner. Ob ihr das in Amnesia vielleicht schon mal gesehen habt. Ich weiß nicht, ob ich mich in Amnesia schon mal aufgeregt habe, so richtig. Weiß ich nicht. Ähm. Naja. Aber bis jetzt läuft die Runde ja eigentlich ganz gut. Also ich glaube, ich muss mich bis jetzt noch nicht so aufregen. Beziehungsweise ich hatte noch nicht so richtig viel Grund, mich aufzuregen. Aber naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Zum Beispiel dieses scheiß Homo-Führs, der sich hinter der Ecke verkennt. Ja. Hier schon wieder die Pimpernellen hier. Verstecken wir uns einfach in der Dusche und bücken uns nach der Seife. So, da kommt jetzt jemand um die Ecke. Komm. Komm, 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 komm. Ja! Ah! Loy. Jetzt ist er gestorben. Wichser, du hast mir einen Kill geklaut. Fick dich. Aua, 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 aua. Das hat weh. Haha. Direkt wieder hingehen. Weil wir so aus Schmerzen stehen. Loy. Wir haben sogar einen Kill gemacht. Das ist ja nice. Das ist auch ein Gegner. Den machen wir auch erstmal kaputt. Äh. Fast nicht geklappt, doch. Fast nicht geklappt. Ich habe auch noch nie so mein Gesicht während des Welt 4-3-Spielens gesehen. Ich glaube, ich gucke hin und wieder ziemlich scheiße, beziehungsweise ziemlich verwirrt. Weiß nicht. Muss ich mir gleich mal angucken, ob ich irgendwie Grimassen mache oder so während ich spiele. Weiß ich nicht. Aua, 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 aua. Guck mal, den holen wir uns jetzt von oben. Wenn wir den sehen würden. Oh. Jetzt ist der Mongo mir gefolgt. Das ist natürlich doof. Ach. Schade. Schade, schade, schade. So. Ah ja, genau. Was ich auch noch sagen wollte. Wieso ich heute alleine bin. Ähm. Wie ich gerade schon sagte. Wir müssen das alles immer relativ. Au. Kurzfristig aufnehmen. Und ähm. Da schaffen wir es einfach halt nicht. Immer alle zusammen aufzunehmen. Also vorgestern haben wir auch Justus und ich alleine aufgenommen. Und da konnte Alex zum Beispiel auch nicht mitspielen. Und äh. Heute kann Justus halt mal nicht. Weil es halt auch schon relativ äh. Spät ist am Abend. Und ich mich jetzt einfach nur noch äh. Gesagt habe. Und ich mir jetzt einfach nur noch gesagt habe. Dass ich mir einfach jetzt nochmal. Bam Junge. Dich habe ich auch noch mitgenommen. Bah. Bah. Was mache ich da eigentlich für Green Master. Kann ja nicht sein. Ähm. Und da ich mir einfach gedacht habe. Nimmst du eben noch schnell eine Runde auf. Damit morgen denn ein Video kommt. So. Jetzt muss ich noch Gegner finden. Natürlich am besten da hinten ist ein Tuppist mit einer Waffe. Oh verdammt. Die haben ja alle Waffen. Das ist ein Bellenfield. Die haben alle Waffen. Wieso muss ich jetzt nachladen? Wieso muss ich genau dann nachladen, wenn... Na, ist aber egal. Ist auch egal. Ich will mich ja nicht beschweren. Guckt euch mal das Zivisier an. Das ist so schwul. Das ist so ein scheiß Zivisier. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ich glaube da ist ein Gegner. Der ist die Treppe hochgerannt. Den laufen wir jetzt nach. Oh. Viele Gegner. Oh. Kommt her. Ach verdammt. Verdammt. Und das Geile ist, dass die uns alle gerade so schön vor die Linse gelaufen sind. Weil ganz ehrlich. Mit der MK3A1. Triffst du im Normalfall nix. Zumindest ich nicht. Wahrscheinlich bin ich auch der größte Shotgun-Noop. Aber ich treffe... Verdammt. Habe ich daneben geschossen. Ich glaube, wenn ich den getroffen hätte, dann... Wäre das vielleicht was geworden. Ich bin auch der größte Shotgun-Noop. Also... Von daher bin ich absolut kein Maßstab wahrscheinlich. Naja. Da oben ist einer. Treffen wir nicht mit der Shotgun, oder? Oh. Doch. Bam. Guck mal. Jetzt haben wir wieder eine vernünftige Waffe. Da ist jemand. Da will sich jemand verkehnten. Oder ist auch jemand? Pass auf. Den holen wir jetzt auch weg, wenn der da hochkommt. Oh yeah. Oh. Loy. So. Jetzt haben wir die... 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 Die Wasserpistole hier. Loy. Der war aber schon angefrackt da hinten, weil sonst... Stirb! Nein! Jetzt hat das geleckt! Was hat die Kacke geleckt? Was war da denn los? Das finde ich jetzt aber scheiße. Wo bist du? Ah! Da oben. Da oben. Loy. Jetzt hat er mir den Kill geklaut. Das ist doch ein Assi. Ganz ehrlich. So. Aber dafür mache ich jetzt den Kill hier. So. Ah! Jawolski. Guck mal, wie der sich da verkemmt hat. Guckt euch den Wichser an. In der Toilette hat er sich verkemmt. Solche Leute gehören... Bah! Handloi. Und dann habe ich natürlich keinen Kill mehr gekriegt. Awesome. Sauber, Sebi. Das hast du super hingekriegt. Nixe hier. Nixe da. Nixe dort. Aber hier. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Ich bin die Ruhe in Person. Hm. Oh! Ja! Oh yeah. Oh yeah. Jetzt legt er sich da auf den Boden. Ja! Oh yeah. Jetzt gerade habe ich ziemlich viel Luck gehabt. Aber naja. Luck. Hier. Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Nee, der möchte ich aber erschießen. Verdammt. Das hat natürlich nicht geklappt. Awesome. Jetzt hat der Wichser mal den Kegel klaut. Uncool. So. Erstmal nehmen wir den noch mit. Und dann holen wir uns eben noch... Äh. ...die Führung mit jemand anderem. Gleichzeitig. Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Jawohl, Skiddy! Geile Scheiße. Jetzt hat da hinten jemand... ...den Granat... ...dingens da. Aua. Das tat weh. Oh, jetzt hat jemand anders... ...und ich haben den Granatwerfer da. Das ist natürlich ziemlich doof. Mit dem komme ich voll nicht zurecht. Stirb da oben! Hätte er überhaupt getroffen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er getroffen hätte. Naja. Egal. Geil. So. Komm, explodier! Ach, komm doch. Boah, das ist so scheiße mit dieser Wichswaffe. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht. Ach, guck mal. Jetzt ist er da oben und ich treffe den nicht. Oder treffe ich den? Ah! Komm! Wo bist er? Da hinten. Den hole ich mir. Ja! Nein! Ach Gott, wieso treffen die denn mich? Da, dich hole ich mir. Kollege. Du bist tot, Kollege. Wieso ist er nicht tot? Wieso sterbe ich jetzt? Ah, das kann doch nicht... Ah, warte. Mir juckt eh mal eine Nase. So. Guck mal, da sind schon wieder... Da sind wieder zwei auf dem Messerniveau. Das ist doch kacke. Jetzt haben die mich überholt. Obwohl ich... Ich habe keine Ahnung, wie er mit dem Mistding umgeht. Guckt euch mal an hier. Ich kann das einfach nicht. Guck mal, das kann doch nicht... Jetzt ist er tot, okay. Guck mal, wenn ich da oben hinschieße, dann liegt das da auf dem Boden und explodiert jetzt, ja. Jetzt habe ich verloren. Bin ich Dritter oder so? Ja. Dritter. Akzeptabel, sagen wir es mal so. Es geht, okay. Echt, also mit diesem Granatwerferzeug, da komme ich voll nicht mit zurecht. Ah, ich würde auch nie auf die Idee kommen, den zu spielen. Ich meine, den richtigen Granatwerfer mit dieser Patrone, die dann direkt explodiert ist, ist okay. Aber diese verzögerte Explosionspatrone da, die geht am Deabs auf den Piss. Na gut. Mit diesen abschließenden Worten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Fandet das mit der Facecam auch mal ganz okay. Mal ein bisschen, ja, ein bisschen Abwechslung drin. Und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn doch, dann bis dahin euch noch eine schöne Zeit. Einen schönen Tag euch noch. Wir sehen uns dann eben beim nächsten Mal. Und ich rede schon wieder viel zu viel. Macht's gut, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.